In dieser Klasse lernen wir, wie Sie die Bearbeitungsbefehle verwenden, mit denen Sie die Elemente eines Projekts verschieben, spiegeln, ausrichten und drehen können. Öffnen Sie die verfügbare Datei, um zu beginnen. Der erste Befehl, den wir sehen werden, ist Move, das im Modifizieren-Pendel der Registerkarte Home vorhanden ist. Wir haben diesen Befehl aktiviert und Sie werden aufgefordert, das Objekt auszuwählen, das verschoben werden soll. Wir wählen diesen Umfang aus, der neben diesem anderen Umfang positioniert wird, um eine Aussparung darzustellen. Wir bestätigen die Auswahl mit einem Ende und definieren den Basispunkt, der die Mitte des Umfangs sein wird. Sehen Sie, dass wir jetzt das Objekt verschieben können, und dass ein abgeblendes Objekt an der Stelle angezeigt wird, an der sich das ursprüngliche Objekt befand. Wir klicken auf den gezeigten Mittelpunkt und sehen, dass wir den Umfang im Projekt neu positioniert haben. Im Vorfeld werden wir den Befehl Spiegel studieren, der es ermöglicht, Elemente in einem Projekt zu spiegeln. Mit dem aktiven Befehl wählen wir den Umfang aus, den wir gerade verschoben haben. Jetzt wählen wir die beiden Mittelpunkt dieser Elemente, um die Spiegellinie zu definieren. Sehen Sie, dass eine Vorschau des Ergebnisses angezeigt wird und wir werden gefragt, ob das ursprüngliche Objekt gelöscht werden soll oder nicht. Wir wählen Nein aus und sehen, dass Spiegelung angewendet wird. Wir führten eine andere Spiegelung durch, aber jetzt alle internen Elemente dieser Karte auswählen und vertikal spiegeln, schauen. Bei den meisten Details, die im Inneren des Stückes definiert sind, richten wir diesen Rückprall in der Mitte dieser Ausschnitte aus. Dazu aktivieren wir den Befehl Ausrichten, der durch Klicken auf die Titelleiste des Bedienfelds Ändern angezeigt wird. Jetzt müssen wir das Objekt auswählen, das ausgerichtet werden soll und mit einem Enter bestätigen. Als nächstes definieren wir den Basispunkt für die Ausrichtung und den Zielpunkt. Bei Bedarf können wir einen anderen Basis- und Zielpunkt auswählen, um das Objekt auszurichten. In unserem Fall brauchen wir keine anderen Punkte, also drücken wir die Eingabe-Taste, um den Befehl anzuwenden. Sehen Sie, dass die Sprungkraft genau in der Mitte der Ausschnitte positioniert wurde. Es sei daran erinnert, dass, wenn wir mehr als einen Basispunkt und Zielpunkt auswählen, wir gefragt werden, ob das Objekt, das ausgerichtet werden soll, in der Größe geändert werden soll, siehe. Sehen wir uns nun die Anwendung des Befehls Objekt Rotation an. Wir aktivieren den Befehl wie gezeigt und wählen den gesamten Satz aus, den wir gerade entworfen haben, und drücken Sie die Eingabe-Taste, um zu bestätigen. Wir definieren den Basispunkt, der als Achse für die Rotation des Teils verwendet wird. Wir legen den Drehwinkel fest, um das Element im Projekt neu zu positionieren. Wir können in diesem Schritt auch eine gedrehte Kopie des Teils mit der Option Kopieren erstellen, siehe. In einigen Fällen ist es notwendig, das Objekt aus einem Bezugswinkel zu drehen. Dazu müssen wir die Option Referenz auswählen und den Bezugswinkel für die Anwendung des Befehls angeben. Und so haben wir diese Lektion abgeschlossen, in der wir gelernt haben, verschiedene Bearbeitungsbefehle zu verwenden, die es uns ermöglichen, ein Projekt schneller und praktischer abzuschließen. Dann schauen wir uns, um das Zeug zu schließen. Dann schauen wir uns, um den den Bezugswinkel zu schließen. Vielen Dank.